Freunde, Fortnite Mers beginnt endlich in Fortnite und es gibt Gerüchte darüber, dass wir endlich wieder einen richtig geilen, kostenlosen Skin bekommen werden. Zudem scheint Mephisto schon das nächste Live-Event zu planen, aber darüber reden wir jetzt im Video. Wenn du mich kostenlos supporten willst, dann benutze doch gerne mein Creator-Code Wannabe im Itemshop. Und wenn du Bock auf ein richtiges Abenteuer hast, dann check das erste eigene Buch von mir und Bobby ab, denn obendrauf bekommst du noch ein exklusives, geheimes Video dazu. Okay Freunde, endlich ist es wieder soweit, Fortnite Mers beginnt in Fortnite. Und das ist natürlich wieder das Event des Jahres, denn unter anderem werden wir diesmal heftige Map-Änderungen bekommen, neue Features, Bosse und natürlich auch wieder neue heftige Waffen, die ich übrigens gegen dich gerne eingesetzt hätte, mein kleiner Freund. Die Hexenbesen werden wieder zurückkommen, neue heftige Pumpguns und vielleicht sogar Waffen, von denen wir jetzt noch überhaupt gar nichts wissen. Zudem dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass auch die neue Saw-Waffe ins Spiel reinkommt, und zwar Billy Boom. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt drauf, wie viel Damage das Ganze macht und ob es bei den Gegnern wirklich Boom macht. Fest steht auf jeden Fall, dass Fortnite Mers viel, viel größer wird als die letzten Jahre, und zwar so groß, dass es möglicherweise wirklich das heftigste Event werden wird. Denn es wird sich in Lego etwas ändern, es wird sich in Rocket Racing was ändern, im normalen Battle-Royale-Modus, und das nicht nur mit neuen Waffen, sondern auch heftigen Map-Änderungen. Gerüchten zufolge sollen wir sogar gegen einen neuen heftigen Kürbis-Boss kämpfen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Hier wird gerade ein bisschen Chimichanga gemacht. Wir müssen erstmal darüber reden, dass es möglicherweise diesmal einen kostenlosen Skin geben wird. Tut mir leid, Kumpel, aber du wirst diese Informationen nicht mehr hören. Oh Gott, jetzt wird doch einer wieder überlebt. Jetzt wird es eine kleine Party hier. Wenn ihr überlegt, auch in den letzten Jahren haben wir natürlich immer wieder Gratissachen bekommen, aber jetzt gibt es Spekulationen, dass angeblich die neue Marshmallow-Version, und deswegen habe ich die alte hier ausgerüstet, im neuen Fortnite Mers gratis wird, und dass wir sie freischalten könnten. Hört sich auf jeden Fall für mich 10 von 10 geil an, wenn das Ganze passieren sollte. Denn was ein bisschen krass ist bei diesem Skin, er sieht ziemlich stark aus wie die jetzige Version, allerdings in einer anderen Version, und ich hätte eigentlich gedacht, das könnte ein neuer Style sein, aber Fortnite hat sich gedacht, nee, nee, wir wollen hingehen, einen neuen Skin draus machen. Und deswegen gehen jetzt einige Leute davon aus, dass der möglicherweise sogar gratis ist. Derzeit gibt es auch relativ wenig Informationen zu diesem Skin, was auch ein bisschen komisch ist, weil viele andere sind schon encrypted worden, kommen in Trailern vor und so weiter, aber über den Marshmallow-Skin wissen wir noch relativ wenig. Wir haben nur das erste Bild von ihm, und ich muss sagen, er sieht wirklich 10 von 10 aus. Fest steht auf jeden Fall, dass Fortnite auf jeden Fall bekannt dafür ist, dass sie an Halloween sehr, sehr großzügig sind und viele kostenlose Belohnungen raushauen. Und da würde es durchaus passen, dass es vielleicht auch irgendwann mal ein Skin ist. Zumal es in letzter Zeit relativ wenig Gratis-Skins gegeben hat. Den letzten Gratis-Skin haben wir, glaube ich, mit Samsung bekommen und mit Apple, in dem das wieder zurück aufs Handy gekommen ist. Und nicht zu vergessen, Leute, damals als der erste Marshmallow-Skin rausgekommen ist, hat Fortnite auch schon Gratis-Sachen rausgehauen. Es war zwar nicht der Skin selber, aber unter anderem konntet ihr die Spitzwacke freischalten und ich glaube sogar den Gleiter. Boah, das ist echt zu lange her. Übrigens, weil wir gerade schon über Scans sprechen, auch da wird es ja wieder richtig krachen in diesen Fortnite-Mairs. Unter anderem ist die Saw-Collaboration ja schon live. Das Einzige, was fehlt, ist die mythische Fähigkeit. Oh Gott, ich hingehe voll fest, Mann. Oh Gott, ein bisschen Angst vor dem Typen. Leatherface wird hier auch noch reinkommen. Und natürlich der gute Mephisto. Zudem sollen auch alte Charaktere wieder zurückkehren, unter anderem Michael Myers. Ich glaube, viele Leute haben Bock drauf, den auch nochmal zu kaufen. Und die werden uns auf jeden Fall in diesem Jahr auch wieder das Fürchten lernen. Ich gehe ganz stark davon aus, wenn das Ganze am 11. startet, werden wir immer wieder neue Skins bekommen, die mit dem Thema Fortnite-Mairs zu tun haben. Und die werden dann nach und nach in den Item-Shop reinkommen. Was, ich muss gerade mal selber ein bisschen gucken, dass ich jetzt gerade nicht draufgehe. Gefällt mir überhaupt nicht. Und was gibt es geileres als die heftigsten Bosse? Natürlich Map-Veränderungen, die alles verändern werden. Und ich glaube, diese Map-Veränderungen werden bis Ende der Fortnite-Season da sein. Ihr habt das Fortnite-Live-Event gesehen. Ihr habt gesehen, dass Beacons weggesmasht worden sind. Und ich glaube, das hat das Raum- und Zeit-Kontinuum ein bisschen durcheinander gebracht. Denn jetzt zu Halloween bekommen wir so eine Gruselwelt auf einmal. Und die hat auf jeden Fall mit Kürbissen zu tun. Und ich glaube, wir haben da auch einen dunklen Boss geweckt. Ob dieser Kürbis-Boss selber auf die Fortnite-Karte kommt, was er vorhat, man weiß es aktuell noch nicht. Möglicherweise hat er sogar mit dem zweiten Live-Event zu tun. Was absolut geisteskrank wäre. Weil dann könnte er durchaus mit Mephisto zusammenarbeiten. Vieles ist auf jeden Fall noch nicht bekannt. Nur wenn wir auf das Bild einmal drauf gucken, dass im Hintergrund auch ein riesengroßer Kürbis ist. Möglicherweise ist das sogar ein neues Monster, das wir bekämpfen müssten. Es wäre auf jeden Fall 10 von 10 geil. Und es würde mich nicht sonderlich überraschen. Weil wir haben ja in vergangenen Jahren schon mal gegen den Sturmkönig gekämpft. Das ist ja so der Boss in Rette die Welt. Und der ist ja damals auch schon giga groß gewesen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sowas ähnliches wieder passieren würde. Warte, ich glaube, hier sind noch ein paar Gegner unterwegs. Warum ist das heute so gruselig, Mann? Ist das, falls es dunkel ist? Fest steht auf jeden Fall, dass in diesem Fortnite-Meer sich drei Orte ändern werden. So, gehen wir kurz drauf. Dann kann ich euch auch sagen, welche. Und zwar zum einen bei Grand Glacier wird sich einiges ändern. Das ist ja aktuell so eine Riesenvilla. Und es soll so eine Haunted Mansion werden. Würde mich auf jeden Fall unermal freuen, wenn das so eine Geistervilla auf einmal wird. Mit gruseligen Charakteren. Vielleicht ein paar Jumpscares und so. Dann wäre das Ganze auf jeden Fall schon 10 von 10. Zudem wird sich Brawlers Battleground ändern. Und ich glaube, das wird so die neue Main-Location werden. Weil wir dazu auch schon den ersten Teaser bekommen haben. Wie klopft das hier komisch bei mir? Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Das Gruselige kommt auch schon zu mir anscheinend. Da scheint auch dieser riesige Pumpkin-Boss zu sein. Wenn es denn wirklich einer ist und nicht nur Dekoration. Ansonsten glaube ich auf jeden Fall, dass der neue Kürbiskönig da auf jeden Fall sein wird. Und uns Aufgaben gibt. Dann wird definitiv auch Mephisto auf die Karte kommen. Wir haben jetzt auch endlich den ersten Teaser von ihm bekommen. Und wissen jetzt, wie er aussieht. Er wird ja in der Nähe von Castle Doom unterwegs sein. Genauer gesagt bei dem Turm. Und die letzte Änderung, auf die wir uns auf jeden Fall freuen können, ist bei Restored Reels. Dazu ist noch relativ wenig bekannt. Wir wissen aktuell nur, dass diese Riftbeacons da auch gelandet sind. Und ganz viele Kürbisse sind. Und es wird aber auf jeden Fall gruselig werden. Zudem werden wahrscheinlich die Süßigkeiten wieder zurückkommen. Damit wir endlich wieder Süßigkeiten oder Streiche machen können. Gilt auch für dich. Oh mein Gott. Er hat hier ja gar keine HP dabei. Und Süßigkeiten wahrscheinlich auch nicht. Boah, es klopft schon wieder. Was ist das? Sehr, sehr heiß diskutiert wird momentan auch die Kooperation zwischen Disney und Epic Games. Denn da soll sich auch noch einiges ändern. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Die Disney-Villains werden auf jeden Fall auch reinkommen. Und laut der Leaker auch mit dem nächsten Update. Dem Fortnite-Mars-Update. Ich glaube, die kommen jetzt schon zu mir rein, Mann. Willst du weglaufen? Da hast du leider keine Chance. Unter anderem wird der Kruella, der will reinkommen. Diese böse Hexe. Und der dunkle Pirat fragt mich jetzt gerade nicht, wie die heißen, Mann. Ich kann die Namen sowieso nicht aussprechen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn die reinkommen werden. Denn ich glaube, Fortnite und Epic Games planen hier wirklich geisteskranke Dinge. Allgemein ist ja die Kooperation zwischen Disney und Epic Games erstmal was richtig, richtig Geiles, weil Disney möchte sein eigenes Multiversum in Fortnite erschaffen. Bei dem Ganzen gibt es aber leider derzeit einen Haken. Und das Ganze haben Leaker schon herausgefunden. Denn nicht alle Disney-Charaktere dürfen im Battle-Royale-Modus Waffen tragen. Besonders die kindergerechten Figuren, wie die aus Frozen zum Beispiel, sollen zwar in Fortnite auftauchen, aber nur in den nicht gewalttätigen Modis. Das bedeutet, dass einige Skins ausschließlich in Modi wie Fortnite-Lego oder Creative Maps gespielt werden können. Und zwar genau da, wo Waffen keine Rolle spielen. Hört sich für mich auf jeden Fall schon mal ziemlich traurig an, weil ich glaube, dass viele Skins so gar nicht gekauft werden. Weil ich meine, was willst du mit dem Skin, wenn du dir nur irgendwie zwei Modis von zehn spielen kannst? Aber ich garantiere euch, das ist die einzige schlechte Nachricht heute im Video auf jeden Fall. Denn besonders cool ist, dass der Horde-Rush-Modus auch wieder zurückkommen wird. Da habt ihr die Möglichkeit, Wellen von Zombies zu besiegen. Ähnlich wie das Ganze auch in Call of Duty der Fall ist. Das Ganze wird aber mit der Zeit immer, immer schwieriger. Und es werden immer mehr Horden kommen. Unter anderem auch diese komischen Gigabosse. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die sind aber auf jeden Fall sehr, sehr unheimlich. Und ich bin gespannt darauf, ob das Ganze bei euch wieder sehr, sehr gut ankommen wird. Weil im letzten Jahr haben das, glaube ich, zwischenzeitlich auch über 100.000 Spieler gespielt. Aber kommen wir jetzt mal direkt zum wahren Endgegner von Fortnite Mers 2024. Und zwar Mephisto selber. Denn dieser mächtige Bösewicht aus dem Marvel-Universum ist der Star des Events. Fortnite selbst hat ihn jetzt schon mal ganz kurz angeteasert. Und zwar in einem Trailer. Da sah der da links ein bisschen lieb aus. Und ich glaube nicht, dass der da so böse ist. Aber ich glaube, das wird sich im Fortnite Mers Event komplett verändern. Denn er hat am Ende einen finsteren Plan. Und zwar will er die Seelen der mächtigen Helden der Fortnite-Insel verschlingen. Um seine Macht nochmal komplett zu steigern. Die Leaks deuten darauf hin, dass es am Ende des Events zu einem gewaltigen Lava-Showdown kommt. Bei dem Mephisto sein Portal zur Hölle eröffnet. Und die Insel in Flammen und Chaos stürzt. Würde wohl auch ein bisschen Sinn machen, weil wir so die Map verlassen müssen. Und danach kommt hier sowieso eine neue Karte mit OG Fortnite. Und danach sind wir in Chapter 6 unterwegs. Und das gibt irgendwo Fortnite ja auch die Chance, mit dieser Karte hier zu machen, was sie wollen. Im Endeffekt können sie sie auch zerstören. Weil sie danach nicht mehr gebraucht wird. Warte, wie viele schießen hier gerade auf mich. Bin gerade ein bisschen abgelenkt. Heftig abgelenkt sollten wir auf jeden Fall nicht im finalen Showdown sein. Denn laut der Leaker wird es zu einer epischen Schlacht kommen. Und zwar müssen wir gegen Mephisto und seine Monster-Armee antreten. Und die auf jeden Fall besiegen. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon gespannt drauf. Wird es ein Fortnite Mers Live-Event geben? Wenn ja, wird das Ganze auf jeden Fall 10 von 10 werden. Das glaube ich auf jeden Fall. Und die nächsten Wochen in Fortnite sehen ja sowieso extrem gut aus. Denn wir bekommen erst Fortnite Mers, dann ein Live-Event. Dann gehen wir in OG Fortnite Kapitel 2 rein. Sind dort ein Monat und danach sind wir schon in Chapter 6 unterwegs. Und ihr merkt ja selber, Fortnite hat sehr, sehr viel vor. Laut einiger Leaker da draußen und sogar größerer Streamer wird das Ganze in den nächsten Wochen noch viel, viel heftiger werden. Denn obwohl sehr, sehr viel gelegt ist, gibt es da draußen noch viel, viel mehr Sachen von Fortnite, die gerade in der Planung sind. Und von denen wir noch gar nichts wissen. Mal schauen, ob wir es jetzt noch schaffen, den epischen Sieg zu holen. Das Problem ist nämlich gerade, dass das Medaillon hinter mir her ist. Oh Gott, wie diese ganzen Gruselbosse. Ich würde das ja auch voll fühlen, wenn so Michael Myers auf der Fortnite-Karte wäre. Und uns irgendwie verfolgen würde. Wobei, diesmal würde mir auch Billy the Puppet reichen. Oh, da seid ihr beiden doch. Ihr seid ja gar nicht so gruselig. Wird Zeit, euch auszuschalten. Oh, da kommt noch einer. Jetzt wird es eine kleine Party gerade. Vielleicht eine Halloween-Party. Wenn ihr euch ein Kostüm aussuchen dürftet. Oh mein Gott. Als was würdet ihr an Halloween gehen? Ist egal, wie teuer oder nicht. Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich versuche mal schnell abzuhauen hier. Nein, wir sterben am Ende. Leute, das ist das Ende des Videos. Wenn es euch gefallen hat, dann sehr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Tragt gerne meinen Creator-Code Wannabe im Item-Shop ein, falls ihr euch irgendwas kauft. Und dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.